Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. Ich habe es endlich nun in den Griff bekommen, meine FPS in World of Warcraft. Ihr habt es immer wieder in den Streams gesehen, dass ich in Mythisch Plus Dungeons oder auch in Wage starke Frame Einbrüche hatte und da teilweise nur so mit 20, 25 Bildern gespielt habe. Nun habe ich es hinbekommen, ihr habt es in den letzten Wage einfach gesehen, da lief das Ganze hier mit 55, mit 60 Bildern. Alles super flüssig, super angenehm, ohne große Frame Einbrüche zu bekommen. Wie ich das Ganze gemacht habe, das werde ich euch in diesem Video zeigen, welche Einstellungen ihr dort wie wo vornehmen solltet. Auch die Einstellungen in World of Warcraft, die ihr dort einstellen solltet, um die bestmöglichste Frameraten hier rauszuholen, damit die Performance einfach am besten ist und wie trotz alledem noch schön aussieht. Also, bleibt da dran und dann zeige ich euch jetzt, was ihr alles machen müsst. Ja, als allererstes gehen wir hier unten in die Suche und geben dort einmal Game ein. Dann kommt hier direkt Spielmodus aktivieren, da klicken wir einmal drauf. Dann haben wir hier Spielmodus, den solltet ihr einfach einschalten. Der optimiert einfach nochmal euren PC, während ihr spielt. Und das bringt schon mal hier auf jeden Fall während des Spiels ein kleines bisschen Leistung. Daher auf jeden Fall hier den Haken einschalten. Haben wir das nun gemacht, dann gehen wir hier unten wieder rein, geben hier einmal Grafik ganz kurz ein. Dann kommt Grafikeinstellungen. Auch hier machen wir den Haken einmal rein. Nun gehen wir hier weiter. Hier können wir nämlich Apps hinzufügen und einstellen, wie stark die Leistung bei der jeweiligen App sein soll. Hier geht ihr dann einmal auf Durchsuchen, geht dann hier auf euren Ordner, World of Warcraft, einmal auf World of Warcraft. So, dann habt ihr hier diesen Launcher. Dann könnt ihr einmal auf den Launcher gehen und dann noch einmal hier auf Retail und die Excel-Datei natürlich auch einzeln nehmen. Dann klickt ihr einmal hier drauf, macht hinzufügen sozusagen und dann habt ihr halt hier, wenn ihr sie halt hinzugefügt habt, habt ihr hier auf Option und da könnt ihr dann halt einstellen, wie die Leistung sein soll. Da gebt ihr dann hier einfach ein, hohe Leistung und dann einmal auf Speichern. Das macht ihr einmal mit der App vom Launcher und einmal mit der App von der WoW-Exit-Datei an sich. Habt ihr das dann gemacht, dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal mit eurer Grafikkarte die GPU-Leistung auf Maximum gestellt. Das heißt, wenn ihr denn dort in dieses Spiel reingeht, wird eure Grafikkarte euch die maximalste Performance geben, die sie denn hat. Nun gehen wir weiter. Den dritten Punkt, den ihr dann machen solltet, ist dann auch wieder hier unten in die Suche reingehen. Dort gibt ihr einmal ein Re, dann kommt hier Registrierungs-Editor, da machen wir einmal einen Doppelklick drauf und ja, wir möchten diesen öffnen. Dann sieht das Ganze hier bei euch erstmal so aus. Ich habe das schon mal für hier vorbereitet gehabt, habe das selber ja alles geändert. So, dann gehen wir auf High Key Location, Machines drücken dort einmal drauf. Dann öffnet sich das nächste Fenster, dann gehen wir hier auf Software einmal drauf. Gehen wir runter, bis wir dann bei Microsoft angekommen sind, dann wieder weiter runter. Danach klickt ihr das nächste Fenster auf. Wo haben wir es? Das geht jetzt hier richtig schön weit runter. Windows NT, dort einmal draufklicken. Dann wieder weiter runter gehen, bis wir dann hier sozusagen bei Multimedia angekommen sind. Dann klickt ihr hier auf System Profile. Dann habt ihr hier einmal drei kleine Dateien hier rechts im Bild. Gut, da nehmt ihr hier diese System Repertionist. Dort macht ihr einmal einen Doppelklick drauf. Da dürfte bei euch jetzt ein Wert von 0 stehen. Dort fügt ihr einmal den Wert 1 ein und drückt dann hier einmal OK. Ganz wichtig, bei den Einstellungen, die wir jetzt hier vornehmen, bitte drauf achten. Speichert euch das mit einem Handy irgendwie ab. Macht einen Screenshot. Es kann halt sein, dass vielleicht kleine Probleme auftreten. Bei mir sind keine aufgetreten. Und es kann je nach Setup natürlich passieren. Daher, wenn da bei euch jetzt eine 0 zum Beispiel steht oder eine 7, egal welche Zahl, speichert euch das Feuer ab. Damit ihr es im Notfall immer wieder rückgängig machen könnt. So, nachdem ihr denn hier eine 1 eingetragen habt, gehen wir hier runter auf Task. Dann hier runter bei Games. Sind wir bei Games angekommen, gehen wir auf GPU Priority, fügen dort eine 8 ein. Dann gehen wir hier auf die Priorität und fügen dort eine 6 ein. Auch hier wieder bitte meine geliebte Community oder jeder der das gerade sieht. Bitte speichert euch die Zahlen ab, die da drin stehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wenn ihr das nun alles hier einmal gemacht habt, dann könnt ihr das Ganze hier auch einmal wieder schließen. Und wir gehen zum nächsten Schritt über. Und der nächste Schritt betrifft die Grafikkarteneinstellungen, die ihr selber in der Grafikkartensystemsteuerung sozusagen vornehmen könnt. Dafür machen wir einmal auf dem Desktop rechtsklick. Dann hier Nvidia Systemsteuerung. Solltet ihr eine ATI-Karte haben, dann einfach versuchen, die gleichen Einstellungen ungefähr einzustellen. Ja, dann hier einmal unten runtergehen, maximal bevorzugte Einstellungen einmal auf Leistung drehen. Und dann nehmt ihr hier danach das mittlere, fortgeschrittene 3D-Bildeinstellungen verwenden. Danach gehen wir hier runter, 3D-Einstellungen verwalten. Und hier machen wir nun ein paar Einstellungen manuell, damit wir dort im Bereich Graphic Settings die bestmöglichste Performance für unsere Grafikkarte im Bereich World of Warcraft hier natürlich rausholen. Ja, wir gehen hier einfach Schärfe-Einstellungen aus und deaktiviert bei den Antisytropischer Filter. Anwendungsgesteuert Antilizing FXAA bleibt aus. Antilizing Gamma Korrektur ist ein Antilizing Modus anwendungsgesteuert, Antilizing transparent aus. CUDA GPUs, alle DSR Faktoren sind hier aus. Dreifach Buffering ist hier aus. Energieverwaltungsmodus, maximale Leistung bevorzugen, nehmen wir hier auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier Hintergrundanwendungen, Max Bildfrequenz nehmen wir hier aus. Maximale Bildrate. Da könnt ihr je nachdem natürlich, was für einen Monitor ihr habt, das Ganze einstellen. Habt ihr jetzt zum Beispiel einen Monitor, der 60 Hertz hat, dann könnt ihr theoretisch auch nur 60 Bilder wiedergeben. Dann könntet ihr hier so sagen wir mal so 70 Bilder einstellen. Habt ihr einen 144 Hertz Monitor, könnt ihr hier ruhig so 144 Bilder einstellen. 244 Hertz Monitor, 244 FPS. Ihr könnt aber auch einfach sagen, scheiß drauf, ich gebe 1000 ein. Geht auch, passiert nichts, ist also nichts Schlimmes. Ich habe einfach gesagt, ich habe zum Beispiel einen 60 Hertz Monitor, hab einfach gesagt, okay, 300 Bilder fertig. Dann kann ich einfach gucken, was wäre da maximal möglich. Modus für geringe Latenzen nehmen wir hier ein, Multiframe Sampling nehmen wir hier aus. Bei der OpenGL stellen wir einfach ein, da habt ihr die Möglichkeit automatisch wählen. Da wählt ihr eure Grafikkarte einmal gezielt aus. Ja, ShareCage nehmen wir hier ein, Texturfilter antizythropisch an, Texturfilter negativer LOD-BIAS lassen wir zu. Texturqualität, hohe Leistung, Texturfilter, Trinilare Optimierung ein, Sweat-Optimierung automatisch, Umgebungsverdeckung machen wir hier wieder aus. Vertikale Synchronisierung, Einstellungen für 3D-Anwendungen verwenden. Das haben wir ja hier am Anfang dann gemacht, deswegen stellen wir das dann da einmal ein und dann hier Virtual Reality einzelne Bilder stellen wir hier einmal ein. Wenn wir das Ganze gemacht haben, drücken wir hier unten einmal auf Übernehmen natürlich ganz normal. Und dann hat sich die Sache auch schon mal für die Einstellungen der Grafik-Settings. Und nun gehen wir weiter zu den weiteren Einstellungen, die hier eure Bilder in die Höhe schießen lassen und vor allem auch konstant gut laufen lassen in allen Anwendungen, egal ob Raid, Mythisch Plus, Weltbosse und Co. So, wenn ihr die weiteren Einstellungen bis jetzt alle schon mal gemacht habt, dann gehen wir hier noch einmal links wieder runter, geben dort einmal Power ein. Dann steht hier Energiesparplane bearbeiten. Da klicken wir einmal drauf und hier oben Energiesparplaneinstellungen bearbeiten. Ne, hier da die Options. Einmal draufklicken, ihr habt hier oben die Leiste Energieoptions. Einmal draufklicken und dann hier nicht ausbalanciert nehmen, sondern höchste Leistung. Die Leistung des Computers hat Vorrang, der Energieverbrauch kann aber höher sein. Das nehmen wir hier mit, um die maximale Leistung einfach abzurufen. Hier ist es sonst nämlich einfach zu sehr ausbalanciert. Und wir wollen natürlich, während wir zocken, die maximalste Performance abrufen. Daher hier einmal die Höchstleistungen auswählen, um dort natürlich die besten Bilder zu erreichen. Und ja, gehen wir weiter. Wir haben da noch ein kleines bisschen was zu tun, aber dafür werdet ihr am Ende einfach merken, wie schön, konstant und flüssig WoW läuft und trotzdem noch gut aussieht. Als nächstes machen wir einmal hier unseren Battle.net Luncher auf. So seht ihr ihn, so kennt ihr ihn mittlerweile. Dann haben wir hier oben links einen kleinen Pfeil, um das Battle.net Menü aufzurufen. Da klicken wir einmal hier auf Einstellungen drauf. Hier sind ein paar Einstellungen, die wir auf jeden Fall einmal vornehmen sollen. Hier können wir dann einmal bestimmte Sachen nämlich einstellen. Beim Spielstart steht hier immer Minimieren. Da könnt ihr Battle.net ruhig verlassen drücken. Das heißt, wenn ihr das Spiel startet, wird der Battle.net Luncher geschlossen. Ein kleines bisschen weniger Performance, die der Rechner dann benötigt. Und beim Klicken könnt ihr dann entweder sagen, Battle.net auf dem Infobereich minimieren oder auch hier wieder, wenn ich auf X oben drücke, dann Battle.net bitte verlassen. Dann scrollen wir hier einmal runter und klicken dann hier unten an Hardwarebeschleunigungen des Browsers verwenden und machen dort noch einmal einen Haken rein. Und dann können wir hier auch wieder auf Fertig drücken und haben das Ganze hier auch schon mal wieder abgehakt. So, wenn ihr das jetzt hier auch gemacht habt, dann gehen wir einmal hier auf die Festplatte, gehen dann hier rein, suchen uns den World of Warcraft Ordner raus. World of Warcraft, gehen dann hier einmal auf den Luncher, machen dort Rechtsklick, Eigenschaften, Kompatibilität wählen wir aus. Dort gehen wir einmal auf Vollbildoptimierung, deaktivieren, das ist hier ganz wichtig. Dann hier hohe DPI Einstellungen ändern, einmal draufklicken, da stellen wir dann hier einmal ein. Verhalten bei hoher DPI Skalierung, überschreiben Skalierungen, durchführen von Anwendung. Auch einmal dann, wenn wir das gemacht haben, einmal hier OK drücken, übernehmen und das Ganze schließen. Dann gehen wir hier in Retail rein, auch dort in die VW-Excel-Datei, Rechtsklick, Eigenschaften, Kompatibilität. Auch hier wieder Vollbildoptimierung, deaktivieren, hohe DPI Einstellungen. Auch hier Verhalten bei hohen DPI Skalierungen, überschreiten Skalierungen, durchführen von der Anwendung selber. Haken rein, OK, übernehmen und hier einmal OK. Dann haben wir da auch schon wieder, was World of Warcraft so weit wie möglich angeht, alles im Großen und Ganzen nun optimiert. Jetzt kommen wir aber zu dem wichtigsten Teil natürlich im Game. Selber sollten wir natürlich auch bestimmte Grafikkarteneinstellungen vornehmen im Spiel, so, dass wir natürlich alle Effekte noch gut sehen. Das Spiel eigentlich noch gut aussieht, aber die Performance einfach aufs Maximum angehoben wird. Und da werde ich euch jetzt natürlich auch noch zeigen, welche Ingame-Einstellungen ihr dort wie wo vornehmen solltet, um einfach das bestmöglichste Performance-Ergebnis zu erzielen. So, nun sind wir Ingame und da geht es jetzt natürlich darum, unsere Grafikkarteneinstellungen so anzupassen, dass das Spiel noch einigermaßen ansehnlich aussieht und wir natürlich aber, trotz alledem im Wait, in M+, und wo wir überall sind, natürlich gute, flüssige Bilder erzielen. Dafür drücken wir einmal ganz normal hier, wenn wir Ingame sind, Escape, gehen dann hier einmal auf System, dann haben wir hier schon mal die Grafikeinstellungen. Ich habe einmal erstmal alles auf 1 runtergestellt und dann manuell soweit angepasst, dass ich einfach damit die bestmöglichsten Ergebnisse erziele. Ja, fangen wir hier oben an. Hier die Grafik natürlich so einstellen, wie ihr sie spielt. Ich habe einen Bildschirm, der 1080p hat, also habe ich hier auch nur Grafik-Settings von 1080p. Auflösung, Skalierung bleibt bei mir auf 1080p. Man kann das jetzt natürlich auf 160 um Prozent höher drehen, heißt, dann würde aber halt auch dementsprechend die Leistung ein bisschen runtergehen. Also, wenn ihr jetzt auf 1080p spielt, dann 1080p hier unten einstellen. Wenn ihr jetzt auf einer anderen Auflösung spielt, dann macht ihr die Auflösungsskalierung genau passend auf den, was eure Fenster größiert. Dann ganz wichtig, Anzeigemodus. Nehmen wir hier nicht Fenstermodus, sondern Fenstervollbild, weil der normale Fenstermodus hier noch ein bisschen Performance mehr kostet. Haben wir das nun gemacht, gehen wir hier hin. In Texturenauflösungen haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Da nehmen wir hoch Zauberdichte. Da spielen wir hier ungefähr auf der Hälfte. Das reicht komplett aus, um trotz alledem alle Zauber sehr gut noch zu sehen. Ja, projizierte Texturen aktiviert ist sehr wichtig. Wenn ihr das deaktiviert, seht ihr einfach keine Feuer und sowas mehr auf dem Boden. Daher ganz wichtig, dass wir dieses hier anaktivieren. So rum. Ja, Sichtweite einfach auf 5. Umgebungsdetails reichen hier auf 3. Bodenobjektdichte hier auf 5. Reicht vollkommen aus, um alle super zu sehen. Schattenqualität könnt ihr hier theoretisch ruhig auf gut stellen. Ich brauche keine Schatten, daher mache ich Schatten auf niedrig. Flüssigkeitsdetail reicht hier vollkommen auf mittel einfach aus. Partikeldichte wirklich auf niedrig. Spiele ich mit, komme ich mittlerweile super mit klar. SSA und Tiefeneffekte einfach deaktivieren. Compute-Effekte sind hier auf gut. Der Umrussmodus ist ebenfalls hier auf gut. Monitor nehmen wir primär. Anti-Lizing nehmen wir gar keins. V-Sync, das vertikale Synchronisierung habe ich hier einfach deaktiviert. Wenn ihr das gemacht habt, einmal hier auf Übernehmen drücken und dann OK. Dann haben wir noch weitere Einstellungen und zwar hier im Bereich Erweitert. Ja, da braucht ihr eigentlich gar nichts hier. Da könnt ihr hier die Haken mal überall rausnehmen. Das ist einfach nur, wie viel FPS habt ihr, wenn ihr gerade spielt. Wie viel FPS habt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade auf dem Desktop seid. Könnt ihr einfach alles deaktivieren. Spielt hier wirklich keine große Rolle. Ja, Dreifach-Buffering machen wir hier. Deaktivierung, Textur und Filter können wir 16-fach nehmen. Nehmen wir aber nur 8-fach hier einfach mit. Waytracing, ja, könnt ihr machen, wenn ihr eine Waytracing-Grafikkarte habt. Müsst ihr nicht. Sieht nicht wirklich viel besser aus. Könnt ihr hier auch, wenn ihr jetzt so eine RTX 20 Plus habt, könnt ihr es trotzdem deaktivieren, weil kein großer Unterschied denn hier zu spüren ist. Ja, hier nehmen wir das Höchste einfach. Das KKO können wir hier nehmen. Ansonsten könnt ihr hier auch einfach automatisch Erkennen einmal ganz kurz reinmachen. Im Normalfall wird er euch denn hier das Untere einfach automatisch auswählen. Ja, MSAA machen wir hier deaktiviert. Multi-Sampling, Alpha-Test deaktiviert. Post-Processing, AA, keine Rekonstruktionsqualität, keine Grafikkartenschnittstelle. Hier habt ihr halt mehrere zur Auswahl. Dort wählen wir DirectX X12 aus. Ja, physische Integration nur mit den Spielern könnt ihr hier reinmachen und Grafikkarte dann nicht automatisch erkennen, sondern wählt hier natürlich eure Grafikkarte aus, in dem Fall bei mir die GeForce GTX 1080 Ti. Auch hier wieder einmal übernehmen drücken, dann wird alles automatisch, was ihr hier jetzt eingestellt habt, übernommen. Das ruckelt hier jetzt ganz kurz oder lädt dann sozusagen. Dann drückt ihr einmal OK. Manche Grafik-Einstellungen werden erst nach dem Neustart wieder aktiv. Heißt, ihr müsst dann theoretisch einmal das Spiel komplett neu starten, damit das Ganze dann auch wirksam wird. Und ansonsten, ja, war es das soweit auch wieder von mir, meine geliebte Community. Wenn ihr diese Einstellungen alle genau so gemacht habt, werdet ihr auf einmal merken, wenn ihr Instanzen geht, wenn ihr Raiden geht, wenn ihr Weltbosse legt und wenn ihr allgemein andere Aktivitäten macht, wie eure Bilder einfach entweder mehr geworden sind, sogar im Normalfall, und wie sie vor allem auch in allen Aktivitäten sehr konstant sind und nicht immer, dass ihr da irgendwo Raiden geht, habt nur noch 10, 15 Bilder. Mit diesen Einstellungen werdet ihr einfach in den Genuss kommen, WoW wieder flüssig zu erleben und viel, viel Spaß auf jeden Fall dabei haben. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall einen angenehmen, schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal ein bisschen helfen, dass ihr eure Performance in World of Warcraft einfach wieder besser machen könnt. Wenn ja, lasst mir einen Daumen noch um. Da schreibt gerne in die Kommentare rein, wie hat sich das Spielerlebnis bei euch verbessert, nachdem ihr die Einstellungen gemacht habt, ein paar Inis gelaufen seid, vielleicht LFR, NAC, HC, Mythe Schweden gewesen seid, irgendwelche Aktivitäten gemacht habt, wo ihr vorher vielleicht Probleme gehabt habt, oder auch allgemein, wo ihr gemerkt habt, okay, wenn ich WoW spiele, ich habe, egal wo ich bin, teilweise einfach Frame-Einbrüche und niedrige Bilder. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, würde mich interessieren, wie das Ganze sich hier bei euch ausgewirkt hat. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter, habt ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr jetzt jederzeit gerne oben rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten einen schönen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken.